Also sprach Silvio Berlusconi, der Patrone des AC Mailand, gegen Barcelona müssen wir früh attackieren, auf jeden Fall mit drei Spitzenspielen und Lionel Messi in Matdeckung nehmen. So die Aussage des Chefs auf dem Papier sah das erstmal nach drei Spitzen aus, wegen des nicht spielberechtigten Mario Balotelli, Pazzini in der Zentrale, aber ausgelegt wurde das deutlich defensiver von der Mannschaft von Massimiliano Allegri, der auch auf Nocerino, auf Robinho und auf Flamini verzichten musste. Ja, sie hatten alle Augen für diese Weltauswahl der FC Barcelona mit den besten Elf im 16. Duell gegen den AC Mailand und das vor 80.000 eben zum ersten Mal in dieser Saison ausverkauften San Siro Stadion. Und Milan wurde ja von einigen vorab als komplett chancenlos bezeichnet in diesem Klassiker. Und das macht die Minute ihre erste Möglichkeit. Schlechte Abwehr von Barcelona und Montari. Ja, warum eigentlich nicht? Ja, sie waren weiter von rechts nach links. Und das El-Sharawi mit der Chance, da legt er sich den Ball etwas zu weit vor. Dazwischen der 20-Jährige im Ups, beste Schütze von Milan. Zuletzt war er im Schatten von Puyol. Aus den Abend mit Freundin Fanny und vielen Kumpels. Die anschließende Ecke, 16. Minute. Kevin Prinz-Sporting, der machte ein richtig gutes Spiel. Er arbeitete hinten gut und er war vorne. Aber wenig Tempo, wenig Ideen. Schavi, 20. Minute. Das war schon ein... ...das FC Barcelona. Und dann ist El-Sharawi im dritten Champions-League-Tor. Er sorgte für Highlights eher auf der Tribüne. Schließlich ist ja aktuell auch Modewoche. Das, bis was passierte, 57 Minuten rum. Und Achtung, da ist Boateng. Tor! Und der Treffer zählt. Barca reklamiert vehement. Aber es steht 1 zu 0 für den AC Mailand. Erstes Tor im Wettbewerb für Boateng. Der stand nicht im Abseits. Und es war auch kein Handspiel von Zabatta. Der bekommt den Ball von Alba abgefälscht ins Gesicht. Boateng reagiert als erster und bringt Milan in Führung. Riesenjubel. Und auch Balotelli jetzt mit der Milan-Mütze. Tja, wo war eigentlich Lionel Messi? 63 Minuten vorbei. Kein Schuss von ihm aufs Tor. Obwohl es keine Manndeckung gegen ihn gab. Aber er war schon gut behütet. Und es blieb dabei. Kein Schuss aufs Tor. Es blieb intensiv. Pujol und Pazzini stießen zusammen. Die Haarpracht machte es dann unmöglich, Pujol bei der klaffenden Wunde einen Turban aufzusetzen. Und dann fand man eine andere Lösung. Nicht schön, aber wirkungsvoll. Großen Torchancen. Abjaddi im Tor von Milan. Er hatte gar nichts zu halten. Iniesta jetzt. Ja, ein bisschen mehr war da. Aber so richtig zwingend war es nicht. Wieder nur eine Möglichkeit durch einen Weitschuss. Weiterhin wenig zu. Sie spielten sehr strukturiert, sehr diszipliniert. Und nach vorne ging plötzlich was. Nian vorbei. Ampujol. El-Sharawi. Und da drüben ist Montari. 2-0. 81. Minute. Die Sensation greift Bahn. Auch das ist eine Geschichte. Montari, der war ein halbes Jahr lang verletzt. Machte sein erstes Champions League Spiel in dieser Saison. Und trifft zum 2-0. Klasse Vorarbeit von El-Sharawi. Und Milan mit zwei Toren in Führung. Tolle Vorlage. Klasse Abschluss. Ein Riesentor. Der Balotelli-Clan, der war da oben außer Ran bei. 87. Minute. Ecke Barcelona. Da kommt Pujol. Der kämpfte um den Anschluss. Der natürlich fürs Rückspiel vieles grein. Trotz offener Druck. Katalanen erst einmal in 38 Pflichtspielen ohne Tor. Es blieb dabei. Mailand gewinnt mit 2-0. Und lässt Barcelona doch etwas ratlos zurück. Zum ersten Mal seit acht Jahren schlägt also der AC Mailand den FC Barcelona und hat durchaus Chancen, das im Rückspiel zu Ende zu bringen.